Hier steht 14 Jahre, aber wurde gedruckt... Es gibt noch mehr Böden. Das geht nicht. Wir müssen das jetzt machen. Oder wir haben alle eine Nucle-Katastrophe. Nehmen wir Nordkorea oder Iran für ihre Nucle-Webungen. Denn Bush, President Bush, sagte damals, sogar die Länder, die keine Nucle-Webungen haben, werden wir sie bomben. Also, was diese Länder tun? Bauen sie ein Bildungswerk. Sie orchestraten die Terror hier. Sie schreiten die Menschen und die Menschen. Das ist das die Gegenteil. In der Kontrolle von Israel, bei der Moschene der Moschene des Landes, die die Nucle-Webungen, die die Palestinien anzulegenen, die in Indien zerstören. Nein, nein. Ich habe eine Engel-Webungen. Danke. Ich gebe es immer noch. Hier ist die einzige umge-Webungen, der sich in die Menschen, in die Karte. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Thank you.